Hochxerxes über Nordirland sorgt weiterhin für eher mäßig warme Luft in Deutschland. Zudem streifen immer wieder schwache Tiefdruckausläufer vor allem den Norden und den Osten des Landes und sorgen für Wolken und Regenschauer. Und damit herzlich willkommen zum Wetter von wetter.net. Am Mittwoch sorgen solche Tiefdruckausläufer besonders für viele Wolken im Nordwesten und hier gibt es dann vereinzelt auch Regenschauer. Ansonsten ist es aber vielfach trocken und vor allem auch freundlich. Besonders südlich des Mainz kann man den Sonnenschein oft ungestört genießen. Richtung Alpen entwickeln sich aber mitunter Gewitter und wo das passiert, sollte man Vorsicht walten lassen, denn mit Gewittern können auch Hagel oder Starkregen einhergehen. Die Temperaturen steigen auf 18 Grad unter Wolken und bei böigem Wind an der Küste und 26 Grad in der Lausitz. Ansonsten weht der Wind schwach bis mäßig aus überwiegend nordwestlichen Richtungen. In der Nacht klart es vielfach auf, die Temperaturen sinken auf 15 bis 5 Grad am Alpenrand und es bildet sich Nebel. Dann in den Frühstunden kommen von Norden her mehr Wolken ins Land gezogen und diese sorgen dafür, dass am Frohnleichen am Donnerstag zweigeteiltes Wetter herrscht. Im Norden unter Wolken bei nur 15 Grad, da liegen die Temperaturen eher im Schafskältebereich. Dort, wo die Sonne länger scheint, da zeigt das Thermometer allerdings auch 26 Grad. Am Freitag präsentiert sich das Wetter dann ähnlich. Hier allerdings mit Temperaturen bis zu 23 Grad nochmal ein Zacken kälter, bevor es dann am Samstag stellenweise mit 25 Grad eher wieder aufwärts geht, was die Temperaturen angeht. Trotzdem, am Samstag ist der kalendarische Sommeranfang und das ist dann doch eher ein Kaltstart. In der nächsten Woche, da ist der Siebenschläfer-Tag, der ja bekanntlich das Wetter in den nächsten sieben Wochen festlegt. Und da schauen wir dann mal genauer auf den Sommer 2014. Bis zum nächsten Mal.